Du nimmst es zu persönlich. Wie soll ich es denn sonst nehmen, wenn die amerikanische Kaffee-Army gerade meine Stammkneipe weggebombt hat? Oi, don't mention the war, Simon. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Amis andauernd irgendwelche scheiß Ketten aufmachen von Dingen, von denen sie nichts verstehen? Eigentlich nicht. Steve, ist schon mal irgendwann jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, ich komme gerade aus den USA, leck mich am Arsch, haben die da geilen Kaffee? No. Oder irgendjemand, der sagt, boah, eine verschissen gute Pizza ist das hier in den Staaten. Nee. Na und warum haben wir dann hier in Köln zehn Pizza-Arm? Ich gehe doch als Deutscher auch nicht nach Frankreich und eröffne eine Crepe-Kette mit tausend Filialen und nenne die, was weiß ich, volle Kuchen-Heinz. Ja, konntest du aber. Ja, mache ich aber nicht.